Für das italienische Eishockey-Nationalteam beginnt am Samstag in Köln die Weltmeisterschaft. Die Azuri bestreiten übermorgen ihr erstes Match gegen die Slowakei. Am Sonntag trifft dann Italien auf Russland. Nächste Woche sind Lettland, die USA, Schweden, Deutschland und Dänemark die Gegner der Italiener. 14 Südtiroler stehen im 25-köpfigen italienischen WM-Aufgebot. Die beiden Torhüter Andreas Bernhard und Gianluca Waltenvini, die vier Verteidiger Ecker, Gliera, Helfer und Hofer sowie die acht Stürmer Andergesa, Anton Bernhard, Frank, Gander, Insam, Jäger und Simon Kostner und Alex Lampascha. Mit Torhüter Cloutier und Jäger Scandella hat Nationaltrainer Stefan Mayer diesmal nur zwei Doppelstaatsbürger einberufen. Italien hat vor der WM fünf Festspiele bestritten und alle fünf verloren. Zweimal unterlag die Nationalmannschaft Österreich. Außerdem verlor sie gegen Kasachstan, Slowenien und die USA. Ah, die Generalprobe ging also daneben. Trotzdem hoffen der Zuri, den Klassenerhalt zu schaffen. Ja, wir gehen mit dem Ziel hin, den Klassenerhalt zu schaffen. Das wäre sicher nicht leicht, aber wir haben uns das zum Ziel gesetzt. Und wir werden jedes Spiel auf Angriff gehen und werden es auch hinhauen. Ich glaube, wir können durchaus gegen Dänemark für eine Überraschung sorgen. Wir können gegen Deutschland sicherlich auch mitspielen, auch wenn sie sich vor einem heimischen Publikum sicher nochmals etwas anderes sagen. Lettland siege zwar auch stark, aber ich glaube, es wird eine Tagesform entscheiden. Und wenn wir gute Systeme spielen und kompakt bleiben und dann vielleicht so ein oder andere Tore vorne reinhauen, dann ja was. Wir werden alles geben und Favorit sein wir nicht. Das ist einfach eine gute Erfahrung für die jungen Spieler. Und ein oder zwei Spiele vielleicht werden wir schon gewinnen und die Zeit brauchen wir, dass wir rumbleiben. Italien ist bereits in Köln. Das erste Spiel in der Lanxess Arena bestreiten der Zuri am Samstag um 16.15 Uhr gegen die Slowakei.